hallo hier ist der christoph und ihr seht hier ein spidey liegen um das soll es aber nicht gehen heute das ist das endura first generation sondern um dieses hier dass ich seinen lieben frank kaufen konnte und zwar handelt es sich um das rain goddard ein ganz tolles teil wenn goddard design bei rain goddard klinger ats 55 siki city japan klasse teil liegt mir super in der hand man kann es auch weiter vorn greifen und als vergleichbare größe mal ein endura vier einen durer man sieht hier ist die klinge ein bisschen mehr rund als beim endura hat einen wellen schliff ungefähr zwei zentimeter der rest ist ein seber client aber wie ich jetzt gerade sehe wohl geschliffen ein sehr schönes messer top freut mich dass ich erhaschen konnte wird sich in meiner spider co familie sehr gut machen klasse messer das war schon gewesen ich danke euch fürs zusehen fürs zuhören bis zum nächsten mal dann tschüss